Inwiefern hat euch das Studium an der Hochschule Esslingen für euren Werdegang oder eure Karriere geholfen? Was lernt man in Esslingen, was unbedingt nötig ist für den weiteren Berufsweg? Ja, also die Breite, das breit gefächerte ist das Schöne, was uns auch jetzt während dem Startup extrem geholfen hat, nämlich die Einblicke in sämtliche Bereiche über die ganze Bankbreite, was ein Betrieb, ein Unternehmen so bietet oder hat, um einfach nicht überall Experte drin zu sein, das ist damit ja nicht abgedeckt oder nicht das Ziel, sondern wirklich einfach den breit gefächerten Einblick zu bekommen, um überall wenigstens das Grundverständnis zu haben und man kann sich dann gezielt auch vertiefen im Nachgang, so wie ich es jetzt auch abseits des Startups gemacht habe und bin erstmal in die Logistikberatung gegangen, vier Jahre, sprich gerade das Thema SCM im sechsten Semester die Vertiefung, hilft dann schon ungemein auch sich in gewisse Bereiche von den Breitgefährten sich zu vertiefen und das rauszupicken, was einem richtig Spaß macht. Ja und um vielleicht noch das hinzuzufügen, auch so Fächer, die einem vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen im Grundstudium noch, sowas wie Buchhaltung oder ähnliches, ja wenn man gegründet hat, wie wir zwei jetzt, dann braucht man das, also man braucht die Grundkenntnisse und muss das auch können alleine, vielleicht kann man das später mal auslagern, aber für den Anfang macht es Sinn in jedem Bereich irgendwo Erfahrung zu haben oder zumindest mal Ahnung zu haben, um die Basics selbst zu schaffen und später, wie Robin schon gesagt hat, kann man sich immer noch vertiefen, also das Breitaufgestellte macht einfach Sinn und später kann man sich dann vertiefen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal an! Bis zum nächsten Mal! mir Aber 예�